Silke Lippock heißt die Entdeckung im deutschen Schwimmteam bei der EM in Budapest. Nach ihrem zweiten Platz im 200 Meter Freistilfinale stand die erst 16-Jährige wieder einmal im Mittelpunkt. Die Pforzheimerin, die in Ungarn zuvor schon Staffelgold gewonnen hat, könnte einmal in die Fußstapfen von Franziska von Almsig treten. Olympiasiegerin Frederica Pellegrini sieht die Deutsche künftig als ihre härteste Konkurrentin. Wow, krass, dass man das von so einer tollen Frau hört, also so einer erfolgreichen, vor allem Olympiasiegerin. Das macht mich jetzt gerade schon ziemlich stolz eigentlich. Sie ist eigentlich sehr selbstbewusst, kommt sie mir rüber, aber trotzdem bodenständig. Also eigentlich total sympathisch, sie hat mir davor auch zugelächelt vor dem Start und so, also ich fand sie ganz nett. Ja, also die ersten 100 Jahre sollte ich auf jeden Fall schnell rumgehen, also vorne auch dabei sein, vielleicht zweite, dritte. Dritte wäre so der schlechteste Platz, dass die Zeit dann halt so gut war noch mit der 56-2, war schon ziemlich krass. Also wenn ich das, glaube ich, im Rennen gewusst hätte, hätte ich einen Schock bekommen. Nach 150 Meter habe ich gesehen, wow, die sind alle ziemlich nah dran. Dass dann halt nur die Frederica vorne war, habe ich nicht gesehen. Das war vielleicht nicht schlecht, da habe ich mir noch einen Arsch zusammengerissen und bin geschwommen.